Hallo zusammen und weiter geht's mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen. Ich hatte ein wenig spät die Aufnahmetaste gedrückt, daher geht's jetzt nach der Landung los. Ich bin abgeruht gerade, aber gut. Denen hab ich gepackt. Ich will sie kurz noch kurz heilen. Dann seh ich mal zu, dass ich gleich noch eine Bendy-Bazooker kriege. Was ergibt mir einen Headshot? Ich komme. Die anderen sind beide, Gott. Ach ja, die Bendy-Kanone. Dann sind die Stabs. No-Skip kommt aus der Garage, schläft. Ich hatte hier mal ein neues kennengelernt und mit ihm eine Runde Duo gespielt oder zwei Runden und die zweite Runde dann auch gleich gewonnen. Und jetzt probieren wir, ich muss mich kurz einmal hochheilen, ich komme, ob wir das in Teams auch hinbekommen. Aber der andere Kollege ist ja auch bei dir. Ich war schon tot. Ach, jetzt sehe ich. Ja, beide erwischt. Dann bist du jetzt respawnd. Da bin ich ja schmerzfrei bei sowas. Ich muss ja was trinken. Und Bendy-Kanone. Ich habe das sogar als Guckenhilfe. Ja, jetzt hast du was gekriegt, oder? Ich nehme mich auch. Das hatte ich nämlich auch noch auf dem Bendy-Kanone. Da ist wohl kein Gegner mehr, kann ich dich wohl holen am Bus. Gucken wir, ja, den kann man auch zubauen. Den kann man auch schön zubauen, den Bus. Bei manchen Bussen geht das ja nicht. Will ich mir zumindest einen. Dass man einige nicht so zubauen kann. Ich kann es aufnehmen. Ich kann es aufnehmen. Oh, jetzt hat sie mich erwischt. Oben vor dem Dach. Vor dem Dach steht einer. Hat sich versteckt. Er kämpft sich. Egal. Passiert. Läuft ja relativ gut. Nur, dass wir jetzt am Boden liegen. Aber unsere Mates heilen uns. Das finde ich ja schon sehr gut. Dass man so Teams spielt. So mag ich das. Gibt es auch einen Kurs dafür. Wer weiß, was sich gehört. Hey. Hey, steppe, wie du den? Ich mach nix. Ach so, der andere. Das hasse ich auch, wenn eine Pömpelwaffe kommt. Oder mit dem Harponierer. Das ist echt kacke. Aber das machen meine Jungs auch ganz gerne bei mir, wenn ich vorlaufe. Dann kriege ich das Ding auch einen Hintern. Und wo bist du? Ich bin voll. Du musst dich selbst noch heilen. Ganz auch die Diskussion, welche Waffe schneller lädt. Aber die Herausforderung müssen... Das kann ich schon mit mir selber. ...müsste jetzt voll haben. Ich, äh... Die Herausforderung neigt. Man muss jetzt He-Mates heilen. Ja, aber da du Gruppenhilfe doch hast, hast du das doch fertig. Normale Pump lädt schneller als die Tactical. Du hattest doch gesagt, dass du Gruppenhilfe hast. Ich hab dich doch geheilt. Dann müsstest du doch das auch gekriegt haben. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Meinst du auch, dass das Bauen jetzt seit dem neuesten Patch komischer geht? Ja. Also gut, wieder nur kein Profi, aber ich bilde mir das. Ich bilde mir das ein, dass das gefühlt schlechter geht. Und ich bin jetzt nicht Bob der Baumeister, so wie meine Kinder das machen. Da heißt es dann nicht immer, Papa kann ich bauen. Es kommt immer, warum turtlst du dich nicht ein und so weiter. Aber wie gesagt, ich kämpfe ja lieber in Bodennähe, so wie ich das von der Tactical Shooter gewohnt bin. Bauen mache ich ja nur im Notfall, wenn es nicht anders geht. Ne, mein älterer Sohn ist so richtig Bob der Baumeister. Jetzt zeige ich mir immer, wie es geht. Da sagt er immer, Papa, look, muss man ordentlich 90s bauen. Ich kenne die Kinder, die sagt, Papa, versuch mal 90s zu bauen. Und dann müssen die Eltern meistens immer nicht, was sind denn 90s. Ja, doch, das weiß ich gerade noch so. Keine Gegner mehr, wahrscheinlich kommen die gleich in die andere Richtung. Die Zone zieht sich ja so langsam zu. Wo Citrullien looten, da noch eine drin ist. Ein Boot. Da ist noch eine da, das war noch keiner. Oh, was zu süppeln. Gut, perfekt. Der Gegner ist am Start. Der haut da ab, ich sehe den. Ich komme hinterher, aber der andere Kollege ist auch bei dir. 500 Meter habe ich noch. Da ist noch sein Teammate. Ich komme. Ich habe keine Mission mehr. Bis Godzilla habe ich leider noch 500 Meter. Ich komme. Wie heißt der? TTV Godzilla. Wann, da wollen die noch. Jetzt habe ich wieder ein bisschen was. Baut ihr da, oder sind da noch Gegner zugange? Ich bin im Maisfeld. Ja, doch, jetzt sehe ich es. Bums. Knapp daneben. 21, 21er blau. Also, er hat jetzt 42 Schaden Schild gekriegt. So, das war es für ihn. Ende Gelände. Das war es auch für ihn. Das müssen wir den Kollegen holen. Der Medgid liegt da für ihn. Ach, du heilst schon, Gott. Ich möchte ihn halt eben irgendwie nicht heilen, weil er hat diese ehrenlose Aktion gemacht. Ja, Medgid liegt hinter der Rampe. Ich markiere. Ach, der Kanone, noch besser. Auch wenn wir oft am Boden sind, liegen, klappt das ja erstaunlich gut mit uns hier. Bin gespannt, wie das ausgeht. Da liegt ein... Ah, nee. Wir brauchen das zu trinken. Ich nehme dich mal mit. Liminis. Aber ich kriege eh nichts mehr rein, außer hier Godzilla. Der kann auch was trinken. Da liegt noch eine Tag auf dem Dach. Eine grüne. Gut. Und hier irgendwo dödelt noch eine Truhe rum. Noch eine grüne Tag auf dem Dach. Das ist noch nur von da, von der Zucker. Schade, der Lootjob ist außerhalb. Das ist ein Abgröder. Das ist ein Abgröder. Das ist ein Abgröder. Ach, da, ja. Ja. Ich habe eine violette Skarn. Eine blaue Pamp. Eine P90 in violett. Die Pamp kann hier aufrüsten. Bei mir finden 150 Steine. Hast du was da? Ich habe nur einen Stein. Ja, dann muss ich selbst fahren, Gott. Hier ist ein dicker Felsen. Und die liegen über die Pilze, wenn einer Pilze braucht. Gegner von hinten. Die haben wir gerade ganz heftig... ...ganz heftig weggelasert. Ich wundere es, weil ich denke, dass ich das Treffen konnte aus der Höhe. Interesse ist hier ... ...sehe ich. Vielleicht ist doch jemand anders. Ja, ich sehe. kommt raus aus deiner box tschüss wie kowski wenn ich noch eine violette scar in einer braucht jump hat habe ich noch gefunden wir sind noch zu viert also noch zwei teams wahrscheinlich vor uns das kann ich upgraden noch mal von berg ja ich sehe Luke dicht, so, wird wohl keiner pushen, ja doch, scheiße, zieht euch einfach, ja alles klar, das klappt, so, das geht doch auch, vorne liegt hier, mit geht, bei mir, ach du, kann man noch gesagt, so, das ist jetzt eins mit dem YouTube, da oben hüpfen, da oben hüpfen, hier ist noch einer, hier 2 noch, hüpfen rum, so, der ist weg, Oha. Hast du gesehen, von wo der Hit kam? Auch von berg oben oder von hinten irgendwo? Ich weiß nicht mehr. Ne, von vorne, ich sehe es. Da hüpft schon einer rum. Das kann man hier durchs Holz sehen. Biest. Leck mich. Ja, ja. Du hast deine Kanonen ja noch. Geh jetzt raus. Kostet, was ich wolle. Alter Falter. Ey. So wieder, es gibt ja nicht. Der hat schon wieder gesnipht. Ja, der snipet immer von rechts oben. Von links jetzt. Ich komme gleich nochmal. Das wird schwer. Den Bus gibt es keinen mehr. Ich komme in deine Richtung. Ja, ich sehe. Ich komme runter. Schwung kommt. Müssen wir gerade noch so hinkriegen. So, weg ist er. Mist. Oh, jetzt gibt es Hits hier. Ah. Scheibe. Oh, jetzt hasse ich aber nicht. Pest oder was? Wenn so gesprayt wird. Komm. Bau hier. Los. Oh. Rackiertenwerfer. Huuuuh. Glück gehabt. Das wird schwer. Noch sechs Gegner. Das werden noch wahrscheinlich zwei halbe Teams oder so sein. Komm. Du bist ja nicht der letzte von unserem. Komm. Du bist doch nicht stehen geblieben. Dann werde ich dich da weg geholt. Wo kommt ein Pieck. Super. Der saß. Der saß. Weg ist er. Aber ich kriege Raketenwerfer am Kopf hier. Jetzt haben sie mich gleich. Mist. Oh, nee. Kann ich machen, was ich will. Oder? Schade. Dritter. Egal. Ich sag danke fürs Zusehen und tschüss bis zur nächsten Folge. Du bist doch nicht. Du bist doch nicht. Ich sag mal vorher. Untertitelung des ZDF, 2020